Halli hallo Freunde willkommen zurück bei Minecraft Eines beim letzten mal haben wir ja hier oben das ausgebaut und dann war für mich jedenfalls aber in der Zeit ist hier alles gewachsen so allerdings das hier noch nicht ich weiß nicht warum warum genau dass einer da nicht gewachsen ist egal ich hatte mich schon gewundert warum ich denn so wenig Sieg bekommen hatte aber ich hab noch ein paar jetzt können wir uns auch ein Brot backen, dann haben wir wieder was zu essen neben der ganzen Pilzsuppe sind wir ja leider verloren gegangen dann müssen wir heute noch Häuser fällen, damit ich hier nichts mehr drauf spawnen genau das ist der Plan für die heutige Folge leider ist kein anderer gerade online sonst hätte ich mir jemanden dazu geholt der mit aufnehmen kann aber jetzt müsst ihr mit mir alleine vorliegen extra noch mal getestet dass mein Mikrofon auch funktioniert oh ein kurzer Moment so ja funktioniert noch wäre blöd gewesen wenn es jetzt auch noch nicht mehr vorgesehen wird 3 3 3 und 3 Brote Big Brot yes ein neues Achso genau weil ich nach dem sterben noch nicht umsortiert habe mhm 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 und wenn ich heute so ein bisschen das Dr. Huffinger vor mich hin zum Bin dann liegt das so für mich vorhin noch ein Dr. Huffingerathon mit Freunden gemacht habe und es fehlen noch zwei Folgen dann sind wir auch durch die neunte Staffel durch mhm also ich ja schon lange aber ich hab die Leute dazu gebracht das zu gucken mhm aber ja ich liebe die Serie so ich bin wieder voll geheilt da ist Pferd ohne Namen da ich das gerade drei Stunden aufnehme nachdem ihr die letzte Folge überhaupt erst gesehen habt oder nachdem die letzte Folge auch noch rausgekommen ist weiß ich nicht wenn ihr die guckt jedenfalls also die letzte ist gerade erst erschienen ähm deswegen hat das Pferd noch keinen Namen aber wie gesagt weiterhin Vorschläge posten weil ich euch ja mit einbeziehen möchte in meine Videos denn dafür ist der Kanal ja da dass ich hier nicht für mich allein rede ich weiß aber dass da hinten Bäume stehen so und um euch noch mal ein bisschen weiter einbeziehen wollte ich auch mit euch mal über den Japantag am Samstag reden denn da werde ich nämlich sein mit Freunden von mir aber wenn ihr mich entdeckt könnt ihr gerne mich mal ansprechen ähm ja wenn ihr Bock darauf habt natürlich nur und wenn ihr Bock da seid ähm ja so hier wollen wir uns jetzt mal wer hat denn den Baum da halb abgefällt das war aber nicht ich oder? war ich das? war ich das? war ich denn mein Dreck? da hab ich Dreck ist doch Dreck oder? erst Dreck ähm muss ich gucken warte hier hier bin ich nicht über dem Baum warum hab ich nur noch 10 Frames also so das war halt ein Holz ähm warum ich jetzt gerade Bäume fälle ist weil ich natürlich ein Zaun umbauen möchte für aber wieso sind hier nicht mehr Bäume? wird die denn alle gefällt? das war ich garantiert nicht und ja ich weiß dass ich da gerade ein Stück Dreck habe stehen lassen was ist denn auch hier gefallen? ich weiß ich hätte ihn neu angepflanzt obwohl hier könnte auch ein Schrieper einfach hochgegangen sein was nicht erklärt was mit dem anderen boah warum leckt das denn jetzt so? nicht an mir ich habe im Hintergrund nichts offen ist das hier irgendwas? ist das eine Mine? ne keine Mine schade wäre auch zu schön gewesen so nochmal hier lang oh was hat sich Niklas denn da gebaut? gar nicht wenig würde ich sagen so da hinten gibt es noch Bäume warum warum haut der die Bäume hier so weg? wow wo wo bist du? ich habe doch ein Zombie gehört hä? wo ist der? ich sehe ihn nicht dann ist es mir auch egal warum haut der die Bäume denn so weg? muss ich dem Alpen sagen dass das aber nicht geht ne 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 die müssen wir schon ganz abbauen und dann am besten neu pflanzen ich werde mir wenn ich denn welche bekomme die Saplings von denen mitnehmen und dann bei mir auf der Insel selber welche Bäume so ein paar Bäume anbauen also das hier ist von meinen Insel ich meinte jetzt näher am Haus damit ich die auch auf Abruf habe so meine Schaufel ist gleich kaputt um genau zu sein jetzt und dann komme ich mich nach das Teil da und dann hoffe ich dass ich bis dahin ein paar Saplings gespawnt sind und so jetzt bin ich drunter zack und mit der Hand dann kann ich mich da auch und so jetzt glaube ich nochmal unter die Baume ah da ist schon einer da ist schon einer oh da hinten kann ich auch noch ein Baum was soll die Scheiße wie kann man das denn so blöd abbauen ernsthaft muss halt noch auffallen muss doch nachhaltig bauen ich kann mir das doch nicht so lassen da ist ein Skelettpferd aber ich habe ja schon eins ich habe ja schon mein Skelettpferd wieso stehen hier überall Boote rum obwohl das da ist glaube ich von mir das nehme ich gleich mal mit aber erstmal schlüpfe ich mir diesen Baum da ja das ist auch meins was da steht und ein Blümchen Baum ja das passt da könnt mir ja gerne mal eine Frage in den Kommentaren beantworten ich habe es ja vorhin erwähnt ich mag Dr. Huse ihr könnt mir ja mal schreiben welcher euer Lieblingsdoktor ist mal gucken wenn ich Antworten habe kann ich dann ja auch meinen sagen so ja da wollte ich jetzt nicht reingehen denn ich will nicht so schnell wieder sterben hallo Tintenfischi da war ein Skelett das mich zum Glück verpasst hat was soll das denn da war wieder der Zombie oh ich habe mich mehr als einziger die meisten tun und der Equip ist auch fünfmal gestorben das ist ja auch witzig so da hinten ist der Hintereingang zu unserem Haus ich habe jetzt echt nur ein Zeppling bekommen ich hätte nochmal nachgucken sollen so left shift damit ich mir auskomme und so wie will ich das da oben mal abzäunen und zwar beides also auch die Leiteras oben aber erstmal ach ja hier habe ich auch noch Kohle und ach ja mein Goldschweiß ich auch noch und noch sechs Pilze und ich hatte sogar noch Holz war so ein Zaun? ach nein warte ich habe es falsch gemacht nee das war das Tor genau vier so dann habe ich zwölf Stück aber das reicht noch nicht ich nehme mir mal 18 auch wenn ich glaube dass das immer noch nicht reicht aber jetzt habe ich erstmal alle Stöcke aufgebraucht so jetzt bist du immer noch nicht fertig ich muss demnächst mal Eisen finden ich habe mir doch gedacht dass das nicht reicht zack 18 Stück genau so dann würde ich mir vielleicht hier demnächst mal eine Leiter anbringen oder so um da hoch zu kommen da wollte ich ihn gar nicht hinbauen komm her scheiße so wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen so alle aufgebaut dann kann ich mir hier demnächst eine Leiter hinbauen auch wenn ich mich erstmal ändern muss wie die gehen obwohl das wird ja glaube ich auch geändert also erstmal rausfinden muss wie die geht das macht gleich wieder am Ende der Folge aber ich glaube ich mache die was länger einfach voll ich alleine bin so gucken wir doch mal wie mache ich eine ich wollte nicht an den Ohr ich wollte da hin wie mache ich eine Leiter ich probiere es mal so wie war das denn wie geht denn eine Leiter nicht so ich weiß es nicht mehr das muss ich nachgucken hm wie geht denn eine Leiter vielleicht so ich weiß es nicht mehr voll doof ich weiß es nicht mehr ach das ist nur mein mein Pferd da draußen finde ich schon wunder was für Geräusche sind aber ich habe auch garantiert ein Skelett gerade gehört da ist da oben irgendwo hier höre ich ein Skelett ha über mir ich habe doch nicht die Tür aufgelassen nein hier oben drauf ist es auch nicht ha nicht im Sandstein zu machen hm keine Ahnung und warum wächst du nicht so demnächst muss ich dann mal nach Eisen suchen um dann da eine Führer wie ein Eimer zu bauen hätte ich eigentlich längst machen können aber ich war ja ein Idiot hm vielleicht bin ich noch drin auch so ein bisschen was ja auch noch zwei Crafting Table na gut na genau ich habe auch noch ein Blüten oh ich habe noch zwei davon das ist auch schön hm so wunderschön mach den Raum doch gleich ansehnlicher und ein bisschen Dreck und ein bisschen Stein ich darf schon noch was davon ja habe ich auch noch Wöffel und Anliste das sind zwei verschiedene gut so das lasse ich mir so da hinten nehme ich mir auch mal die Kohle mit dann tue ich dir jetzt wieder anderen Kohle am liebsten zu ok so dann werde ich jetzt am besten noch den nächsten Tag abwarten und dann nehme ich noch eine Folge auf würde ich sagen weil in der Dunkelheit möchte ich jetzt nicht direkt rausgehen also dann würde ich sagen ich folge es jetzt doch nicht länger sondern eine Minute kürzer als normalerweise aber das ist äh jetzt gerade gibt es nicht so viel zu machen wo ist das Skelett ich höre es doch ich höre es doch ganz in der Nähe wo bist du naja egal ich würde sagen wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video wenn ihr wieder einschaltet das hoffe ich doch und ich würde sagen bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal